Hallihallo Hallöchen! Wo gehen wir denn jetzt hin eigentlich? Ähm, wandern. Richtung links, da wo dieser Strange Cave ist. Das ist ja, glaub ich, das hat doch irgendwas mit der Hauptquest zu tun. Wollten wir da nicht hier irgendwas untersuchen, oder war das mit diesem Headless Nick? War es wieder keiner, ne? War es wieder keiner. Im Norden ist die Wildernis, im Westen ist ein Leuchtturm. Und im Osten sei es hier. Oder im Süden? Existiert nicht. Der wurde ausgelöscht, okay. Da gehen wir doch mal in die Richtung, wo kein Pfeil hin zeigt, das wäre dann da. Oder was denkst du? Ja, Mann. Das ist ja so ein Stückchen nach oben. Auf der Karte. Da unten sind Bienen. Bienen? Längs unten Bienen. Oh, ich höre so Summen. Ich auch. Und da ist ein Hund Toxa. Oder ist das ein Gegner? Schäber? Schäber? Echt jetzt? Ich glaube, das ist auch eine Katze. Was haben wir denn hier? Ich mach auf. Hoffentlich explodiert es nicht. Ja, das wäre schön. Also wenn es nicht explodiert. Du hast dich gerade noch gerettet. Uh, Freezing Arrow. War ja schnüffelt oder was. Ja. Das war es nur du. Nein, das war nicht ich. Ach so, vielleicht weil da oben die Mauern sind von Psyseal und da ist vielleicht der Hund im Grab, der da rum schnüffelt. Ah, stimmt genau. Dieser Hund, ja. Boah, bin ich gut. Also, dass das ein Hund war, habe ich mir schon fast gedacht. Aber, und dass da oben Psyseal ist, das habe ich auch geschnallt. Aber an diesen Hund, da habe ich mich jetzt nicht dran erinnert. Ja, da müsste das hier theoretisch, oh, schönes Wetter sein. Boah, wo hast du das gefunden? Ich bin wieder Richtung Stadt gewandelt. Ja, jetzt geht es jetzt wieder Richtung Stadt. Können wir in der Stadt bleiben, das ist schönes Wetter. Ja, Fight? Wo, warum? Was Fight? Half Eaten Zombie. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Ja, auch nicht. Ach da, hier, hinter dem Wagen. Ah, hinter dem Wagen. So, was bist denn du? Hm, Level 5. Joi. Ja, die sind vergiftet. Ja, ich kann nicht viel tun, außer vielleicht... Hingehen. Invalid Target? Ne. Knockout Blow! So, auf jeden Fall eins auf die Nase geben. So, was habe ich da noch übrig? Ich hab noch drei. Ja, ich muss da mal ein bisschen in die Richtung wackeln. Ah. Du bist da. Ja, ich weiß. Ich muss auch in die Richtung wackeln. Ich hab gar keine andere Wahl. Oh, das ist von komisch. Hier ist irgendwie noch dieses Heulen des Windes, aber gleichzeitig schönes Wetter. Ja. So, Frau Bertolt. Ja, jetzt verschwendet man natürlich erstmal einen Haufen Aktionspunkte, die nur durchlaufen. Naja. Ja. Ja, mir kann ich erstmal nicht tun. Ich geh jetzt noch hier hin. Da kann ich sie ja gut anziehen. Äh, anvisieren. Die laufen lustig. Ja. Die sind doch wie diese komischen Viecher aus Diablo 3, wenn du die Beine abgehackt hast. Ja, diese. Los, vorziehen. Nein, es braucht zu viele Aktionspunkte. Ich kann nicht. Die Waffe ist doof. Ah, ich finde das jetzt lustig. Okay. Was hab ich noch einstecken? Der hat gegrunzt. Mach, dass er aufhört. Ja, klack, klack. Oh, 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 oh. Ja, dich will ich nicht mit rein, deswegen zieh ich ein bisschen hinter den. Fall in the hole. Oh. Ja, ich hab die Befürchtung, dass... Au. Es dich erwischt. Das hab ich nicht kommen sehen. Du bist gemein zu mir. Äh, ich kann Regen machen? Nee. Meiner, du bist noch irgendwie dran? Ja, ich weiß, ich guck grad, ob ich noch irgendwas lustiges anstecken hab. Aber nein. Der Zombie heißt Rob, der in der Mitte. Sehr witzig. Rob. So, Bertotter. Scheiße, du brennst. Es tut mir leid. Feuer, minus 80. Ja, das ist sogar richtig gut. Und Luft. Päusen haben sich Resistenz. Ja, macht Sinn. Dann... Ja, fang mal mit dem hier vorne an. Blopp. Was? Wie miss? Wie konnte das passieren? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, mehr kann ich jetzt aber mit der Frau nicht tun. Äh. Die Frau kann nichts. Ich hab zu wenig Aktionspunkte. Nee, daran liegt sie eigentlich. Ja. Ja, der brennt. Der brennt. Und ist gleich tot. Und der faszig noch. Oh, ich glaub... Ich glaub, ich mach's nicht mehr lang halt. Ja. Okay, warte mal. Äh. Trink was. Äh. Und geh raus. Mit Geduld. Aus dem Feuer. Oh, ich muss erst mal niesen, ne? Ah. Ich will schon mal. So, ich kann nur ein bisschen Wasser trinken. Das kostet drei Aktionspunkte. Och. Na gut dann. Aber du brennst halt immer noch. Hm. Trotz Wassers, ne? Ja. So, jetzt mach ich mal noch das. Und du hast mir eine gewatscht, oder? Du Schwein. Ja. Der hatte ich. Der Rob. Und burning failed. Aber na gut. Ich hab trotzdem irgendwas getan. Kann ich vielleicht noch... As good as a new penny. Warum? Aber auch gut. Ähm. Das da. Okay, du hast den rückwärts gehauen, oder was? Ja. Special Move, Mann. Hm. Jetzt kann ich den nicht mehr hauen. Aber der ist fast tot. Ja, der ist fast tot. Komm. Komm. Diesmal triffst du. Nein. Der würde verbrennen. Lass ihn einfach verbrennen und schieß auf den dritten Typen auf den Rob. Warte mal. Wir haben voll die niedrigen Prozente, dass ich treffe. Hört sich das jetzt? Nö. 57 Prozent. Der verbrennt wahrscheinlich auch. Nö. Dann... Ja. Auf den Rob. Der hat noch am meisten Leben. Ähm. Oh, der haut mich. Der haut mich. Dann ist er explodiert. Ach ne, da ist er noch. Na, der ist noch da. Du bist tot? Ja, der hat mir eine Quatsch. Der Arsch. Das kann immer noch... Ach. Die stinken alle. Hm. Du bist dran. So, wollte ich mal anmerken. Ja, hab ich gesehen. 61 Prozent, fünf Aktionspunkte. Das ist der Ende! Für dich! Okay, cool. Wäre nett, wenn du mich irgendwie wiederbelebst. Ja, ich guck grad. So ein Wiederbelebungs-Ding? Ja. Ich hab dich angeklickt. Cool. Hey, ich hab mehr Leben als vorher. Ja, Cheater. Schnell raus aus dem Feuer. Nee, das ist doch so ein Skill, den ich gelernt hab. Okay, das war schon mal der erste Tod. Sag mal, hab ich auch noch so eine Resurrect? Hot Topics? Ich denk schon. Jeder hat doch einen am Anfang, dachte ich. Einer hab ich ja, genau. Ach ja, ist ja auch hier unten in meiner Bar. Nicht Bar, aber schon. Leiste. Okay. Trotzdem könnten wir auch in die Wildernis gehen. Ah, da ist ein Schild. Schild, komm mal her. Ich touch dich an. Osten Silver Glen. Ey. Cyseal und Cliffs. Da ist es noch voll dunkel. Hier hinten scheint eine Ruine zu sein. Da geht's nach Cyseal, wo sie uns nicht rauslassen wollten. Mhm. Dann sollten wir da vielleicht auch noch nicht hingehen. Ja, wir sind ja quasi schon da, wo wir überhaupt nicht hin sollten. Hier ist ja auch ein Tor. Wo sie uns schon davon gewandt haben. Level 5. Wir nicht. Ja. Da oben Level 4. Enraged Zombie. Boah. Oh. Ja, wir können ja auch erstmal in die andere Richtung schauen. Da, wo wir hergekommen sind quasi. Ja, da war... Da regnet's. Das Scheißwetter. Ich glaube, es regnet. Ja, dann wirst du... Nass? Ja. Sauber. Achso. Du bist schon voll vorgerannt. Hier ist ein Haus. Ja, hier ist auch der Woofi. Oh, das sind zwei Woofies. Schäber und Toxa. Genau, Schäber. Haben wir davon schon. Habe ich doch schon gesehen. Das ist genau in die richtige Richtung. Ja. Da quatscht die mal an. Hallo Schäber. Ähm, Schäber spricht nicht, der Blubber bloß. Und was ist mit Toxa? Genau das gleiche. Hm. What happened? Auf jeden Fall haben wir da Bienen. Niemand mag Bienen. Hier ist eine tote Leiche. Schäber. Ja. Schäber. Das ist viel. Schäber. My dogs tried to warn me of the horrors that surrounded. I heard their savage snarling. They are for some grouse. My Toxa and Schäber. The pains of wood-beer burglars scared. Aha, das waren wohl hier irgendwie Einbrecher. Hm. Ja, so. Da war derjenige war dann allein. Die Hunde bleiben noch ein bisschen. Der ist Zombies. Niemand mag Zombies. Ah, das scheint so, als würden in den Hunden Zombies aufwachsen. Ja, ich hab was zu bereden. Berede mit mir. Ja, ich bin draußen vor der Tür. Ich wollte im Regen stehen. Ach so, das ist ja die Bertot, die hier steht. Also die Hunde werden vielleicht irgendwann mal Zombies. Ja. Was? Ah. Okay, und wer hat ihn jetzt umgebracht? Ich glaub, er wurde von Zombies getötet. Okay. Aber nicht zwingend die Hunde. Hm. Das weiß man jetzt nicht so genau. Ich mein, das wird er nicht hingeschrieben haben in seinem... ...Journal, dass ihn die Hunde getötet haben. Weil wegen dann ist er ja tot. Ja. Hm. Na? Ich kann mich nicht entscheiden. Hm. Du musst. Hm. Okay. Ach, du bist so herzlos. Na ja, komm, die könnten andere anstecken. Ja. Nein. So. Du bist herzlos. So. Geh du mal da hin. Trau dich. Tu ich. Oh, ist ja schon leer. Ja. Die sind alle schon leer. Verflixt. Sind das Zombie-Bien? Oh, da drüben sind Level 3, untote Killer. Oh, hier unten ist jemand. Komm mal hier runter. Äh, den, den, äh... Brunnen antatschen, bitte. Ach, Brunnen, ach so. Ja, ich frag mich schon, wo runter, hä? Ja, wieso gehst du auch? Ich hab... Da waren... Zahnrädchen. Ich dachte mir, cool, ich kann anklicken. Also hab ich geklickt. Der Wohlcraf. Aha. Ähm, ja, okay. Hey, du? Aha. So, bist du drin? Ja. Ja. So absorbiert ist er in seiner Kugelhauung, dass er zuerst nicht deine Präsenten merkt. Zudem, aber, er pausert, riecht auf, und riecht als ein Katt seine Talente, riecht zwei Dagger. Ah, ne, ich riech, den könnten wir vielleicht in unsere Party holen, das wär doch geil, oder? Hm. Ah, ich mach das zweite, hätte ich gesagt. Mhm. Jo, Homie, es läuft. Jawohl. Jawohl. Der Mann schnell relaxert seine aggressiven Stanz, schießt seine Wehren und zieht eine Quill und eine Schraube von Parchment aus eines seiner Pockets. Dextrously, er schreibt ein paar Phrasen, dann hält sie raus, um dich zu reden. Mew, ich kann nicht sprechen. Du siehst professionell. Du bist der Schraubehunter der Wieser. Ah. Jo, auf jeden Fall. Erinnert sich. Der Mann schreit auf die Schraube und schreibt ein paar mehr Länge. Nein, Walgraf. Ich liebe dich. Jetzt hier sieht man Schraubehunter. Schraubehunter, Schraubehunter. Bitte lasst mich dich an. Ähm, ja, also ich hab gesagt schon, weil je mehr, desto gut, oder? Ja, ja, ich bin voll dafür. Gut. Das ist, das, das ist, mhm. Ich will dir helfen. Es ist sinnvoll. Ich will eine Schraubehunterung. Mach sie hin. Bitte. Bitte. Ich find. Ich find den sein Bild links lustig. Der grinst zu putzig. Ich hab noch gar keines Bild. Ah ij Estados. Ich war, mal ganz 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 niemanden. Ähm, ja, was passiert jetzt, wenn ich eins drück? Ja, da geht's weiter. Oder wir diskutieren oder so. Oder wir diskutieren oder so. Ich würde jemanden mit deinem spezifischen Typ von Expertise benutzen. Verwalt dich selbst. Erstens. Bekommen, Walgraf. Richtig ist, wenn du sie für uns bekommst. Ja, genau. Walgraf schlägt und schlägt deine Hand in Danke. Mit einem Gestalt des Arms, scheint er zu sagen, ich bin bereit, leid den Weg. Auf jeden Fall hat er eine Resurrectscroll, das ist schon mal gut. Ich kann nichts tun. Okay, dann ist ein Arsch. Alles klar. Jetzt. Cool. Oh, hier liegt. Alter. Oh, Gold? Ja. Money, 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 money. Ich würde ja interessieren, wie der heruntergekommen ist. Oder halt auf die Idee gekommen ist, herunter zu gehen. Ups. Auf dem gleichen Weg wie wir? Ne, du hast aber nur geklickt. Wow, und? Hat sich ja hier fast heimelig gemacht. Oh, Spinne, Viech. Oh Gott, was bist du? Feud. Okay, keine Spinne. Skelettel, Skorche. Aber das ist ja nur Level 2, das ist nicht zu schnell. Ah, das sind noch mehr, glaube ich. Hat er da eine Bumme? Ja. Schaut zwar aus irgendwie, ne? Ich fang an. Du fängst an. Äh, blablabla. Ja, okay, ich bin auch reingerannt, wa? Aber der schaut irgendwie cool aus. Fire, Resistance, 200%. Holy shit. Oh, dann brauchen wir nicht, aber dann können wir vielleicht, ähm, wie schaut's von Schiffen aus? Wasser, minus 50. Poison, 100%. Das kannst du auch knicken. Oh, shit. Crushing, minus 25. Also, crushing. Ja, gut, ich kann halt einmal fausten. Wasser, minus 50. Wie kann man von Wasser, äh, was anderes? Ja, vor allem, da nebendran ist ein Fluss und der hat eine Wasserallergie, ne? Ja, ja, genau. Oh, cool. Ja, ich geh mal da hin. Mhm. Kann ich ihn jetzt noch fotzen? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber warte mal, das nutze ich mal aus, um ihm eine Faust auf den Kopf zu geben. Ja, aber durch Frozen hat er, ähm, Rüstung, ne? Echt? Ja, ich glaube schon. Durch das Frozen kriegt er ein bisschen... Also, ich würde ja mal so interpretieren und so ist es auch bei Dragon Age, wenn irgendwas gefroren ist, kannst du zerbrechen. Ja, ich kann es, aber... Ja, gut, ich muss jetzt dann mal... Ich komme mal nach deine Fasszeige. Da, steht's. Oh. Oh, ach ja, stimmt, ich spiele den Typen auch noch. Ja, der Woolgraf. Okay, was kannst du? Ja, was kann er? Become one with the shadows. Was ist das? Magical Missile. Der kann auch schlitzen wie ich. Ja, der Nahkampf. Go for the Cup, kid. Es wäre mal cool, wenn du dich zu deinen Gegnern hindringen würdest, wenn du schlägst. Ich war voll doof, aber ich... Bei mir ist das so. Bei mir, nicht, dass du mal mit dem Rücken zu dehnen. So, Frau Dotter. Gehst du mal ein bisschen auf die Anhöhe hier? Und damit habe ich jetzt nur noch... Einen Aktionspunkt. Ja, viel habe ich nicht, dass ich wohl war. Oh, da hinten sind noch drei Leute, ne? Undead Archer. Ah, das ist zu weit weg. Ein Swordsman und noch ein Swordsman. So, ähm, Shoot. Geht wahrscheinlich auch mehr? Oh, doch, geht noch. Cool. Ja, aber der ist halt 100% Poison-Dings, ne? Resistance. Ah, ja. Poison-Aumann, ich... Aber ich hab's nicht. Ich konnte halt. Ein Slowdown-Arrow hätte ich noch und ein Fire-Arrow. Und Stunning. Ja, ich bin Stunning. Na gut, ähm, ich kann nicht mehr. Jetzt. Nein! Hey, behalte das Spitze Zeugs für dich. Ohne Scheiß halt. Ich. Du. Endlich. Ja, hm, scheiße, aber dann kann ich halt gerade gar nichts, was den irgendwie weht. So, du wurdest geschlitzt. Du wurdest geschlitzt. Oh, warte mal. Was, warum... Wogegen seid ihr denn unlustig? Minus 25% Feuer. 100. Gift. Okay, dann können wir wenigstens die da hinten vergiften. Und Feuer. Und Feuer. Nein, nein, kein Gift. Kein Gift. Die haben 100% Gift. Die mögen kein Feuer. Ich hab nur noch Feierpfeile. Was bist du? Cratewater. Nein. Cards and Explosive Ball of Fire. Range 15 Meter. Das Land. So, was passiert? Äh. Ich versuch gerade, aber... Uh. Das funktioniert natürlich Stehscheiße. Oh Mann. Stell dir ja mal gescheit hin. Jetzt, Entschuldigung! Mach ich jetzt auch. Okay, gut. Ich versuch's zumindest. Ich eigentlich... Ich kann niemanden schlitzen! Mann, das geht mir jetzt am Keks. So, ich geh jetzt einfach mal da hin. Und haut zu. Oh, der hat gesessen, ey. Krass. Alter, wieso? Wieso? Aber ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Am Brennen. Ja. Keks, keks. Der hat... Cool. In your face. Ähm. Ja, weil der hatte halt so ein Feuerkanister. Und das hat wahrscheinlich... Der ist explodiert. Explosiv... Genau. Gut. Ich bin halt tot. Eine Explosition. Deine... Ja, ja. Bärenfrau. Sind alle noch so weit weg. Nein! Hör auf damit! Au! Oder warst du das du? Nee, ich war das nicht. Wieso sollte ich dich hauen? Nein, nicht... Oder ob's dich erwischt hat. Ach so, nein. Das war halt der Wulff... Wulff drauf. Oder so. Hast du was zum Essen oder so? Ich bin ein Vampir. Ah, du Tier. Ich bin eine Vampirettmann. Du Vampir. So, hier kann ich... Ja. Hey, das warst du nochmal getroffen. Geil. Ja, ich hab vorhin auch getroffen. Ja, jetzt aber... Hab ich's auch gesehen. Ach so. So, es hab ich. Ach, ich... Piks, Piks. Cool. Nein, ich hab nur noch zwei. Lass deine Frau drauf schießen. Ja, mach ich auch. Bitte treffen. Der Tod ist seine eigene Deliverance. Genau, so und du auch. Nein, nicht genug Aktionspunkte. So, aber was kannst du nicht? Der mag... ...kein Feuer und kein Crushing. Ja. Ich hab keine Feuerpfeile, also... ...kann ich genau hier hinlaufen. Danach mal die ganzen Pfeile, die ich hab, deiner Tussi zu. Flop, flop. Voll daneben, du. Ja, und ich kann nichts. ...aus da hinlaufen. Ja, dann wirst du das tun müssen. Fünf, sechs. Ist jemand anderes zu schmerzen? Scheiße, ich bin durchgerannt. Du hast durchs Wasser, äh, Feuer gelaufen. Ja, durchs Wasser. Ja, genau. Das Wasser macht dich lustig. Ich geh jetzt mal ins Wasser. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Ich glaub nicht. Na, das ist ja dumm. Ja, das ist seltsam. Betrug. Ich wette, es muss von oben regnen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, dann hab ich jetzt Aktionspunkte verschwendet. Und brennst noch mehr. Oh, du bist gleich tot. Ohne Scheiß, ouch. Ähm, ich glaub, ich muss wieder belebt werden. Ja, ich kann das nicht, weil ich hab keine... Ja, der, der, der Wolfgraf hat noch eine einstecken. Wie kann das? Was auch nix anderes machen können, als rangehen, oder? Oh, cool. Damn. Iron Man. So, bitte sag, ich kann auch schlitzen. Nein, das kostet vier und ich hab nur noch drei. Shit-Kram. Tja. Seien sie beschossen. Wie jetzt? So, und ich sterb jetzt wahrscheinlich gleich. Oh, warte. Warum kann ich nicht... Kann man während des Kampfes nichts trinken, essen? Ähm... Doch, ich denke, das müsste schon gehen, weil sonst kannst du dich ja mal kreien. Weil ich kann irgendwie meinen Apfel nicht essen, zum Beispiel. Das Consume ist ausgegraut, außer es kostet zu viele Aktionspunkte. Das wäre ja assidisch. Das könnte sein. Weil hier ist es, ähm, zwei Aktionspunkte kostet... Ja, super. Zweimal in einem Spiel, ey. Mal an. Äh, ja. Need a Medic. Okay, wie kann ich... Okay, jetzt bin ich... Unbrennbar. Ach du. Meine Güte. Cast. So, tada, da bin ich wieder. Ich sollte vielleicht mal meine Wiederbelebungsrolle jemand anders geben. Ja, mir bitte. Ähm, send to Scarlet. Bitteschön. Oh oh. Nicht ins... Feuer, renn. Ach, da hinten liegt jetzt so Kram. Super. Da hier liegt ein Schild. Ja, dann heb's halt auf und schick's mir rüber. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann, weil... Feuer. Oh. Desist. Fuck. Wer? Die Bär dort druch. Warum? Weil ich ja was zu essen gegeben hab. Naja, jetzt funktioniert's wieder ganz normal. Ähm. Ja, ich hätte... Aber ja, Essen. Äh, ja. Ein Stück in Zeit, ey, meine Freunde? Ey, meine Freunde. So, ich drück mal auf F5. Ja, das ist sehr gut. Genau, und dann hätte ich gesagt, mach mir hier mal Schluss. Und beim nächsten Mal... Ja, mach halt Sachen. Also... Ja, ich muss essen, ich bin halb tot. Ja. Also, danke schön fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss.